Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey Lego City Undercover, mit Super Mario Odyssey bin ich ja schon längst durch Also mit dem Aufnehmen, mit dem LP noch nicht, weil ich muss ja noch alle Parts hochladen Aber mit dem Aufnehmen bin ich auf jeden Fall durch, mit dem Hochladen kommt ja noch alles Jo, im letzten Part haben wir versucht ein paar Schweine aufzutreiben Also die Schweine, die entkommen sind, oder fortgelaufen sind Und konnten zwei Stück einfangen, aber das dritte schläft hier auf der Burg Ja, und dieses geht es nun aufzuwecken Ja, die Kanone, Alter Ja, und deswegen werden wir das in diesem Part machen Äh, so, ich würde ganz gerne mal Das Ding doch um kaputtschießen, darf ich nicht Warum? Das geht doch nicht Wie einfach erst später wieder gewachsen sind, ja lol Alles klar Jedenfalls haben wir alle drei Schubkarren, alle drei Vogelscheuchen und alle drei, ähm Also alle drei Schubkarren gefärbt, blau Alle, ähm, Boxen gelb gefärbt und alle drei Vogelscheuchen aufgebaut Das ist doch ganz cool Alles klar Ja, Vorsicht Also da kommen wir nicht lang Da drüben ist eine Fahne, die stark nach einer Mario-Fahne aussieht Haha, geil Episch Okay, weiter geht's Da vorne müssen wir hin Immer schön geradeaus Okay, können wir mal was gießen Ah, okay Bananen Aber das macht ein bisschen wenig Sinn, weil eigentlich wachsen Bananen in einer riesigen Staute Also macht das hier keinen Sinn Okay, sehen wir was, was der Teleporter so macht Ah Nice, nice, nice Gut Dann wecken wir mal das Schwein auf Ist das doch, sind wir jetzt eigentlich voll egal Okay Ah Lol Ja, nimmt das einfach so auf den Schoß, warum nicht Also auf den Auf die Schulter, so heißt das Alles klar Eine Schweinekanone Was es nicht alles gibt Oh Danke Wow Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert Haha Und als nächstes können Schweine fliegen Moment mal Kontrollpunkte abgeschlossen Freigeschaltet Parkour Ja, leckst mir, Morsch Aber das scheint nur ein kleinerer Parkour zu sein Der Parkour im vorletzten Part war heftiger Kapitel 10 Zurück am Fall Cool Hey JC Interesse an dem Job? Klar doch Solange ich dabei keine Tiere reiten muss Da muss ich dich enttäuschen Es ist Teil der Sache Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird Ein Tyrannosaurus Rex Wer, äh, will das bitte? Ein Privatkäufer Vertrau mir Du willst nicht wissen, wer es ist Er wird langsam zu einer Nun, wie auch immer Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist Alles klar, Winnie Tja, neuer Auftrag also Gut, dann machen wir noch schnell einen Parkour hier Ah, ich mag diesen Sound Dann los, Chase Komm, ist in der Pötte hier Also, das lief schon mal gut als Start, ne? Chase, du bist ein Vollidiot Let's do this Ah Ich hab die Kette voll vergessen Komm Dann Badabam 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 Eigentlich sind Parkour Geil Doch Ich mache schlechte Erfahrungen damit So, komm Drei von drei Wir sind gleich am Ziel Meine Fresse, Chase Ich dachte schon, was soll der Scheiß Wenn der an den Sekunden nicht hochkommt, wäre der nicht, hätte geheult Oder gescreamt Zwei von dreien Also, zwei von Zwei von Neunzehn Vampir Solange ich dabei keine Tiere reiten muss Da muss ich dich enttäuschen Es ist Teil der Sache Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird Ein Tyrannosaurus Rex Wer, äh, will das bitte? Ein Privatkäufer Vertrau mir Du willst nicht wissen, wer es ist Er wird langsam zu einer Nun, wie auch immer Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist Alles klar, Winnie Aufhande ich nur Schrottkarren lang Geht's zum Museum im Nee Halli Ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall Im Blue Bay Nationalpark? Äh, nein Winnie hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen Er soll einen Roboter T-Rex klauen Okay Wenn mein Onkel fragt, wo du bist Regel ich die Sache schon Danke Und Ich mag dem Zufall so nach nichts, okay? Sicher Klar Gut, dann kann es ja weitergehen Oh, was haben wir denn hier Tolles? Nein Kein Rennen mit einem Traktor Oh mein Gott Scheiße Verdammt Nie, oder? Zeitlauf Es kann Rennen sein Ein Zeitlauf Aber come on Das ist Ein Traktor Okay, let's do it Okay, wir müssen aufs Feld Ah, scheiße Gib Gas, Mann Ich mag Traktoren eigentlich Aber trotzdem Aber er ist sehr beweglich Das ist doch auch ganz gut, oder? War mit zwei Traktoren hintereinander Lol Macht ihr einen Drag Race? Dann hast du ja jetzt schon verloren, Kumpel Oh, nein Scheiße Oh Gott, neustart Let's do this Dem geht's bestimmt nicht gut Ich bin ihm über den Kopf gefahren Mit dem Hinterreifen meines Traktors Junge Es würde mich wundern Wenn jemand Das noch erkennen könnte Dass das ein Kopf ist Alter Wie gut, dass man hier Keine Leute töten kann Das ist mal echt Eine komische Route Für den Traktor Wow, 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 wow Er driftet einfach mal Wenn ich einen driftenden Traktor sehen würde Ne? Ich würde Angst kriegen Fuck, ist der langsam Scheiße Komm, bei dich Bei dich Dieser Zeitlauf ist echt geil Irgendwie Was war das gerade? Oh, scheiße Ruhig Blut Mit dem Traktor So weit runter So zu springen Wie weit geht das denn noch, bitte? Umso mehr regnet es dann auch Wenn man dann failed Okay, geradeaus Fuck, jetzt muss ich auch noch springen Am Arsch Aber gut Wenigstens wird man dabei Immer gerichtet Also Und dass der Traktor driften kann Warum wird die Zeit blau angezeigt? Hä? Das ist ein Bug, glaube ich Ja, das war ein Bug Lol Yay, wir sind gleich am Ziel Da vorne ist es Yeah My Boys Gewonnene Zeitläufe 3 von 16 Freigeschaltet Armadillo Das ist ein Traktor Warum hat der einen Namen? Und 93 goldene Steine Hast du den T-Rex schon, Chase? Ich bin gerade auf dem Weg ins Museum Alles klar Ja, ich würde sagen Wir werden auch nicht lange fackeln Und direkt zum Museum gehen Aber nicht mit dem Traktor Sonst kommt mich mir blöd vor Ja Gerade habe ich irgendwie voll Bock Auf eine kleine Aufnahmesession Von Lego City Undercover Aber ich glaube, das mache ich auch Nö Boah, aber hier gibt es so Scheißkarren, ey Ich glaube, ich suche gleich mal eine Verkleidekabine Hier muss eine sein, ne? Weil ich will wieder als Polizist rumlaufen Obwohl Ich glaube, das kann erst mal warten Doch, doch, das kann warten War da eine Bank? Ach ne, nur so eine Absperrung Ich habe schon gedacht, du Was macht das überhaupt hier? Wo ist denn überhaupt der Bahnhof? Da vorn Ich will da hin Darf ich mich nicht porten oder so? Das ist assi Aber wisst ihr, was ich jetzt alles machen möchte? Weil ich jetzt nämlich blaue Farbe habe Würde ich ganz gerne Das ist ein Notfall Weil ich eine geile Karre finde, nehme ich die Obwohl, der Wagen hat schon ein bisschen Geschwindigkeit Aber hat kein Nitro Farmer Hayes Na, perfekt Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die, die ich zusammengetrieben habe? Ja, ja Hab mich einmal umgedreht Und zack, waren sie alle weg Sind wohl schon in Lego City Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest Wäre das sehr nett Besteht auch keine Eile Okay, Mr. Hayes Wunderbar Wenn du eins findest Stöcke es einfach in die nächste Schweinekanone Damit es hierher gefeuert wird Ja, das ist live Oh fuck Oh my god Total schaden Oh, ich werde jetzt mal ein bisschen beschlotten Das macht auch voll Sinn Ich hatte nicht mal anerhend genügend Speeds What the fuck Hey, jetzt haben wir ein Cabrio Ist doch geil Haben wir ja schon die Rex Haben wir ja schon die Rex Fury Statue da oben zerstört Nein Alter, das ist eine Schande Das will ich noch machen Oh, da drüben bei der Tankstelle können wir einbrechen Es sei denn, wir waren da schon mal Äh, doch, da waren wir schon mal Da auch Naja, da war glaube ich mal ein Fahrzeugdiebstahl, oder? Ich weiß es nicht mehr Mh, 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 mh Aua, du Arsch Entschuldigung, Polizeiangelegenheit Hautsaal, dieser Trooper hat, äh, Nitro So, das Polizeipräsidium ist da vorne, alles klar Die Straßenbahn macht aber auch alles kaputt So Wow Den Baum hab ich aber nur knapp gemieden What the fuck Das ist dann nicht mal geil Okay Da wir nun aufwendig die blaue Farbe aufgetrieben haben Können wir da jetzt das Ding färben Das Witzige ist Na, wenn man die Story abgeschlossen hat Also Chase, Alter Wenn man Wenn man die Story nämlich abgeschlossen hat Kann man nämlich viel schneller Sachen aufbauen Also blitzschnell Und man hat auch, ähm Alle Farben, ähm Für die Farbwache Das ist ganz interessant So, mal sehen, was sich hier Schönes finden lässt Bitte irgendwas Geiles Aha Ein Hier hätten sie aber echt einen großen dann machen können Wie geizig Aber safe, hier ist noch irgendwas Also ich hoffe mal, dass hier noch irgendwas ist Weg damit Ist das echt alles? Mehr ist hier nicht? Das ganze Geirre hier nur für einen scheiß kleinen Superstein? Klar, Supersteine sind immer wert Aber trotzdem Bisschen scheiße war das ja schon Lol Okay, da würde ich jetzt ganz gerne noch den nächsten Dynamitautomaten aufsuchen Bist du schon im Museum, Chase? Wenn der Chief meinen Onkel anruft Fliegt die Sache womöglich auf Duke ist kein guter Lügner Im Prinzip müsst ihr doch einfach nur sagen Okay, ja, er ist immer noch bei mir so Warte, können wir die Nicht gießen? Ich kaff mir Kartoffelchips Ja, die mag ich wirklich sehr So, jetzt brauch ich noch schnell ein Auto Weil ich will da ganz schnell hin Kein Bus Kein Bus Bloß kein Bus Das ist schon er Ja Schön alle zusammenfahren So muss das Da vorne ist doch schon die Brücke Wow Einen Wunder, dass ich noch keinen Schaden genommen habe Okay, jetzt Platz da, du verdammter Lappen Ich hab grad ein bisschen Mist gebaut Wo kommen die denn her? Ist da noch eine Verkleidekabine oder sowas? Das sieht voll interessant aus Einen Augenblick Einen Augenblick Warum ist das Teil überhaupt blau? Oh, und darum ist eine Marke Aber in die komm ich glaube ich nicht ran So Boah, grad wenn ich das Polizeiauto habe Dann fahre ich zu Schrott Da drüben ist was Für unseren Einbrecher Ja, das tut sie Ein weiterer Superstein Zwar ein kleiner, aber Ganz nett Da vorne scheint auch was zu sein Aber da komm ich dann Glaub ich eventuell nicht hin Ja, hier ist das Noch zu für uns Sonst ist hier nichts Oder ist hier vielleicht noch Irgendetwas Nices Na toll Hier brauchen wir Rot Was sind das überhaupt? Äpfel? Oh, das ist interessant Das sieht interessant aus Wir haben doch blau! Wir haben blau! Äh, pfff Apropos blau Geil Ja, ein bisschen Erkunden ist auch wieder mit drin Ein Riesenstein! Episch Nice, 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 nice Also einen roten Farbwechsler werde ich wohl so schnell nicht sehen Aber ich denke, ich kann die Stelle im Hinterkopf behalten Das Polizeiauto muss ich haben Meins, 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 meins! Der Hero, der gehört jetzt mir Ah Leute, dieser Dynamitautomat Boah, ich weiß noch, hier hat alles angefangen Der Hafen von Lego City Ach ja Habt ihr gar nicht gesehen? Ähm Ähm Wie komm ich da jetzt zur scheiß Brücke hoch? Ah, okay Einfach weiter rauffahren Spontane Abkürzung Hat funktioniert Aber ich würde jetzt Ärger kriegen dafür Egal Ich kann's einfach Also ich hoffe, es ist ja keiner macht den kaputt, ne? Sonst dreh ich durch So Rein da Vorsicht runterlabern bis du lebst müde Silberstateln zerstört 5 von 17 Diese Stateln sind sowieso hässlich und mussten mal weg Alles klar, weiter Jetzt geht's aber wirklich zu, ähm, zum Museum Ich bin genau falsch Gut Ah, ich mach's wieder stylisch Boah, diesen Wagen will ich unbedingt haben Das sieht doch geil aus Juhu! Juhu! Ah, ich mag das Oh Naja Vorsicht! Okay, aber ich hab noch keinen Schaden genommen Hauptsache eine gute Sache, ne? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah, okay Warte mal, ich kann doch locker eine Abkürzung nehmen Ich hoffe denen geht's gut Wird schon Hauptsache mein Wagen nimmt keinen Schaden Beste! Oh Stein Du musst völlig aufpassen, dass ich mein Wagen nicht zu Schrott fahre Geht's dir nirgends hoch? Schade Tja, ich hab dann diese eine Ausfahrt verpasst, aber nicht so schlimm Entschuldigung Oh, Vorsicht! Warte mal, was sag ich wenn ich da... Was ist wenn ich da runter springe? Ist das schlecht? Äh, es ist definitiv schlecht Das tu ich mir nicht an Nein, nein, nein Da fahr ich lieber normal Oh, aber hier, hier ist was Hier ist was! Für unseren Gärtner Ich kann, ich glaub nicht, dass unser Auto da bleiben wird, aber egal Wohin das wohl führt Zwei noch Superstein Einen Zehntausender sogar Wie nice Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Supersteine Wie viel haben wir jetzt? 89.000 Das ist doch ne Spielezahl So, ist unser Wagen noch da? Ja, er ist noch da! Wie geil! Alles klar Irgendwann hat da grad seinen Wagen zu Schrott gefahren Boah, der Hero ist voll geil Was ist denn jetzt schon wieder? Ich fahr doch! Chase, ich hoffe du bist schon im Museum Ich habe gerade durch Zufall mitbekommen, dass der Chief mit Onkel Duke telefoniert Hm Soll er doch Einen Augenblick, ist das da ein Zeitlauf? Jaaaa Hahaha Geil, dann machen wir den doch noch Leck mich, du blöder Bastard Was fährst du mir immer mit dem Bein? Geht's doch? Boah, unser Truck ist episch Den will ich auf jeden Fall freischalten Boah, das ist ne Karre du, das ist ne Karre Oh, Superstein What the fuck? In der Kiste steckt auf jeden Fall einiges Hier war ich vor allem noch nie auf dieser Brücke Kann ich die Betonbocke kaputt fahren? Nein Aber ich kann hier einfach rüber Ha Dieser Wagen hat's in sich Ja Was einmal WTF Ich mag den Wagen jetzt schon Ah, es war kein Nitros, aber ein richtig cooler Geländewagen. Ich weiß, das sind die, die uns damals aufhalten wollten. Ah, okay, ich kenne die Gegend. Mach Platz, du Arschloch! Mir auch wurscht, der soll doch verrecken gehen. Hauptsache, meine Mission ist nicht gefährdet. Und das hier ohne zu bremsen schafft, mit meinem Respekt. Okay, gleich haben wir es geschafft. Da vorne ist auch schon das Ziel, ey. Easy, man. Nice! Gewonnene Zeitläufe, 4 von 16. Und freigeschaltet haben wir den... Chunks Ironback. Oh, allein der Name ist episch. Gut, gut, gut. Hast du den T-Rex schon, Chase? Ich bin gerade auf dem Weg ins Museum. Alles klar. Der Chief kann mich mal, vor allem. Wichtig ist doch nur, dass wir Racks finden. Und dafür müssen wir halt so einiges erledigen. Ich schätze mal, da ist ein Superstein drin, oder? Ist da einer drin? Jo. Wieder mal ein kleiner, aber ich bin zufrieden damit. So, let's go. So, aber erstmal möchte ich den einen Superstein haben, den ich da drüben gesehen habe. Bleibt der stehen? Nein. Aber ich war noch nie auf dieser Brücke. Ach, nur ist es auf einem anderen Ende. Ich brauche dringend einen Wagen. Polizeiangelegenheit. Jetzt gibt es schon Gas. Ja, zeig dir dieser Wichser wie eine Umleistung. Halt doch die Klappe. So. Noch ein Kompaktwagen. Naja. So, einen anderen Superstein. Sorry, das ist ein Notfall. Ich habe noch einen anderen Superstein gesehen, den ich gerne holen will. Moment mal. Was macht denn der Wagen? Das war einfach auf der... Ach nee, das ist ja eigentlich. Ich dachte, das wäre dieser... eine Schnelle von Chan. Also Chans Auto, Sie wissen schon. Welches geht's bergab schnell? Star. Aber mir gibt es weit und breit keine schnellen Autos. Warum? Das ist schon fast traurig. ich spaß ich mache mich so lustig ich mache ich mache mich so über die lustig und was ist ich knall voll gegen den mast mein armes auto aber egal der hier ist cooler wo war denn jetzt diese eine untergrund stelle hier ist ja schon das museum auch jeder drunter so dann hole ich mir noch schnell einen super stein der hier einfach so einsam und verlassen ist so okay leute dann würde ich mal sagen falls euch dieser part von let's play lego city undercover gut unterhalten konnte würde ich mich doch selber einen daumen hoch und eine positive wertung freuen und teilt das video und freunden bekannten leuten die leiden können leuten die nicht leiden können und ein abo ebenfalls nicht schlecht wenn ich mein konto unterhält und im nächsten part werden wir dann ins museum gehen und versuchen den t-rex den robo t-rex zu klauen bis zum nächsten mal bei let's play lego city undercover